ja moin und hallo hier ist wieder tom aus den streets of curiosity und heute zeige ich euch ein weiteres blubricks pro modell von der star trek reihe und zwar das kleinste das ist set 104 175 die uss enterprise ncc 1701 ich werde nicht viel dazu sagen weil schnell gebaut und es wird nur noch war und es wird noch weitere modelle geben denke ich mal von der enterprise insofern viel spaß dabei und schaltet danach nicht gleich ab danach zeige ich euch noch was inno no kieta machi de anata to no hibi atama o yo giru toki ichi ga tari nai na mi da o ame de ahai na ga shite mo kaku sa nai Bis zum nächsten Mal. 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 Und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.